Hallo euch allen, das ist wieder bei Madden NFL 19 und wir sind wieder mal bei einem Battle of Texas. Und zwar sind wir im mittlerweile zehnten Spiel der Player Spotlight Serie der Woche 2 angekommen. Das geht gegen die Houston Texans, gegen Justin Reed. So und momentan liegen wir hinten 12 zu 14. Wir haben aber den Ball an der eigenen 38 Yard Linie. Und wir sind gerade mal im dritten Quarter, also noch viel viel Zeit auf der Uhr. Wir beginnen das Spiel mit einem Pass. Cooper und Johnson auf der linken Seite auf der Slant, uns von der rechten. Wir schauen mal, ob eine Seite der Defense frei sein wird. Frei ist hier unten bei Tiedent. Ball an der 46 Yard Linie, zweiter Versuch und zwei. Hier gehen wir in den Community Bereich hinein. Das haben wir uns ja selbst auferlegt. Um die Sache hier so ein bisschen interessanter zu machen. 2. und 2. Amai Cooper kommt von rechts, geht in Motion. Wir achten auch auf unsere beiden Tiedents, aber Cooper ist da schon meiner. Der ist aber gut gedeckt. Dann gehen wir auf Elliot und der, uh, verliert aber mal richtig bei der Nummer Dritter. Und 6. Ganz starkes Spiel der Texans Defense. Damit habe ich so gar nicht gerechnet, gebe ich offen und ehrlich zu. Oder werden wir keinen Play mehr sehen. Denn jetzt ist schon das dritte Quarter vorbei. Es geht rüber ins Schluss Quarter. Tja, wir müssen sehen, dass wir hier irgendwie ein First Down auf die Kette kriegen. Nehmen wir den Schmerz Sirm. So, wir achten auf Swain in der Mitte. Turn Ons ist so ein bisschen meine Sicherung. Wir gehen auf Swain. Der hat den Ball First Down Cowboys an der 43-Jahr-Linie der Houston Texans. So, wir liegen ja nur mit zwei Punkten hinten. Das heißt, mit einem Field Goal würden wir hier ja schon in Führung gehen. Nehmen den Slot Drive. Also muss ich hier auch nicht auf Teufel komm raus jetzt probieren, auf Touchdown zu spielen. Wir attackieren die Mitte mit Jarwin und mit dem Slot Receiver. Terrell Ons auf der rechten und auch auf Keyshawn Johns nachten wir auch mal. Da gehen wir ganz auf Nummer 6, wir gehen auf Terrell Ons. An der 41-Jahr-Linie wird da zu Boden gebracht. Da haben wir auch den guten Justin Reed, den Namensgeber oder der Protagonist dieser Challenge. Wir sind beim 2-Minute-Warning, wir haben mal einen zweiten Versuch und acht an der 41-Jahr-Linie. So, zweiter Versuch gehen wir in den Community-Bereich hinein. Nehmen wir den Wide Receiver Drive noch einmal. Der Spielzug, bei dem wir eben mit Elliot diese 4-Jahr-Raum-Verlust eingefahren haben. Hoffen wir mal, dass es diesmal besser geht. Wieder geht Cooper in Motion. Und der ist wieder gut gedeckt. Aber unser Tight Hand, der ist frei. Dann nehmen wir unsere dritte Anspielstation, die wir haben. Erster und zehn Cowboys an der 27-Jahr-Linie. So, wir bleiben beim Pass neben den Texas. Attackieren die Mitte mit Jarwin und mit Eddie George. Ich achte auch mal links außen auf Keyshawn Johnson, der ist aber gut gedeckt. Wir gehen auf unseren Running Back, auf Eddie George. Der kommt bis an die 21-Jahr-Linie, zweiter und vier. Bleiben wir mal im Community-Bereich. Da habe ich es gerade eben gar nicht verstellt. Ich honke. So, nehmen wir den Drive-Thru-Corner. Das ist die kürzere Variante mit Amai Cooper auf der rechten Seite in Motion. Der geht jetzt relativ nah an die Line of Sprint heran. Zieht jetzt den Sprint an, hat den Raum, hat den Platz. Und wir haben einen First Down an der 10-Jahr-Linie. So, los geht's. Wir gehen wieder in den Strategy-Bereich hinein. Nehmen den Dick & Go. Das heißt, wir attackieren die Mitte. Rechts Jarwin, unser Tight Hand. Links Elliot, unser Running Back. Wir gehen auf Ziki Elliot in der Mitte. Und das ist der Touchdown für die Cowboys. Da hat es übel geknallt. Aber Elliot hat den Ball, hält ihn fest. 18 zu 14 führen die Cowboys vor dem PET. Der ist auch gut. 19 zu 14 damit der Spielstand. Wir haben eine 5-Punkte-Führung. So, der Kick ist untererwegs. Geht bis in die Endzone der Texans hinein. Kneel Down. Erst Down 10 an der 25-Jahr-Linie. Jetzt kommt unsere Defense auch hier zum ersten Mal aufs Feld. Da kommt die Sean Watson, der Quarterback der Texans. Unser Gegenpart. Und den versuchen wir mit dem Gap Press direkt unter Druck zu setzen. Erster Versuch und Szenen an der 25-Jahr-Linie. Da hat er, glaube ich, einen Rücken seiner O-Lin-Spieler getroffen. Zweiter und Zehn. Die Texans haben ja keine Auszeit mehr. Das heißt, sie müssen sich jetzt hier echt beeilen. Sie brauchen ja auch einen Touchdown. Oh, da war ein ziemlicher Frühstart, aber kein Regelverstoß. Rätenfern, der Ash macht es besser. Holt den Sack heraus. Dritter und 18. Der Ball liegt an der eigenen 17-Jahr-Linie. Die letzten 20 Sekunden laufen bereits. Russell, oh, die Sean Watson wirft tief. Ich war gerade kurz bei Russell Wills und ich bitte um Entschuldigung. Erster und Zehn nach diesem Turnover. Für Dallas an der 43-Jahr-Linie der Texans. 15 Sekunden sind wir auf der Uhr. Laufspiel Eddie George. Durch die Mitte. Auch der kann Spin Moves. Kommt nochmal bis an die 14-Jahr-Linie. Und das war der letzte Spielzug. Denn jetzt laufen die Sekunden hier runter. Wir gewinnen dieses Battle of Texas. Schlagen die Houston Texans 19 zu 14. Und gewinnen diese Player-Spotlight-Challenge. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Ciao.